so jetzt mal ein bisschen konzentrieren jetzt richtig ist es nicht der fehler vom spiel ist das war mein fehler tatsächlich ich habe auch die runde verschulden gehabt weil ich vergessen habe nachzuladen hätte ich den nämlich ab den bastard der uns alle getötet hat aber er hat ja den anderen meter 3 letztendlich er getötet bekommen also weil der nicht konnte das war halt voll idiot deswegen müssen wir ja mal ausgleichen jetzt kommt ja noch dazu einmal kriegt er mich totgeschlagen und vorher nicht er dachte er hat wieder fünf meter arme das ist so krass ich steht drei meter hinter mir und schlägt mich dann kannst du dir nicht ausdenken die meisten sind schon wieder tot so dann geht es jetzt mal los hier endlich einer landet hier schon wieder ich habe eine pps haben mit einem dreifach scope gefunden die ist echt geil sie machte schon wieder sein eigenes ding los war der wusste dass noch keine waffen sind doch müssen wir eigentlich haben doch wenn man deine kohle robert erstmal die kohle robert dabei die las einer ach du scheiße was mache ich denn ja ich auch ein schuss reicht diesmal nicht für den k.o. ist klar töte das ganze team wieder pps haben mit 20 schuss so cremig oh gott ich sehe halt muss reichen das ist schon mal gut mann ein schuss wieder gefehlt auf den affen schuss sauber na gut er hat ihn gehabt oben im turm hallo ach gott ach gott was hat die schuss so ok ich gehe jetzt mal fein spring ab drüben bei dem headquarter mit dem turm bei dem gebäude hier landet einer der ist auf dem dach hier drauf hier so ich spiele mit der luisa ok ok ja der ist auf dem dach hier das kann nicht mehr zu sehen dann kann er eigentlich nur hinten runter wird er in der japan 30 meter hier ja natürlich bin tot ja ich bin auch tot ok obwohl ich voll doof war da habe ich den spinner keine platten mehr keine platten mehr kann er platten geben ja hier liegt auch mal ein bisschen was ah danke so ok kurz unterbrechen hier mal ja dann können wir jetzt anfangen ja 31 meter ist hier oben genau ja hä bin ich blind wo kommt der her die kühle können wir nicht sehen hä wo war denn der alter blöde was keine ahnung als wenn der unsichtbar war mhm kann mir aber durchaus sein dass der unsichtbar war hier ist ganz komisch ich wurde entdeckt hier ja ich habe ihn gestand oh da drüben ist noch einer da oben da ist noch einer ja oh ich brauche Deckung oh ich er hat sich wiederbelebt das ist es ist nicht das ist das ist nicht das ist der die das ist das ist es ist ein bisschen die kotze hochkommt wir kommen noch mehr habe keine platten mehr weil ich habe ich habe ich habe gerade ja okay cool quad kommt jemand an oder motorrad das höchstens ach da was zwei ko du bist der letzte alle tot warum sind die denn alle weg das ist zu gefährlich hier ich hierher kommen die sind hier noch nicht gesehen mal komm ein stück zurück das hat schon wieder rausgeguckt mit dem klopapier ach du scheiße da ist er genau hinter dir aber lila hat es noch geschafft sogar nach dem klopapier hast du wieder das letzte blatt hängen lassen dran ne ne das nicht aber das ist halt ich habe jetzt nicht jeden blatt mindestens rausgucken lassen damit man es leichter runterrubeln kann runter ach so das geht natürlich nicht das ist natürlich über ich muss mir immer anhören dass ich das letzte blatt dran lassen und dann keine neue aufziehe ist ja auch meistens so ich lasse es dann drin und verkneife mir das halt aber mittlerweile 30 sekunden ich versuche direkt zum notort zu gehen da war gerade noch ordentlich was los präzisionsluftschlag wir sollten hier gar nicht schnell weg das kann irgendwie kontrollen oder tunnel überlege ich brauch wenigstens dafür dann noch mal gucken gehen die zwei richtig tatsächlich richtig immer mehr habe ich noch mal gucken muss da alleine machen ich habe noch nächstes mal noch in der tod hier kann man zum haus was ich viel kohle halt da kommt noch mal zum shop da ist tatsächlich nun schon natürlich gefährlich machen wir sollten vielleicht am auge behalten nicht dass sie hier noch rauskommt 25 meter sind welche über uns ich hab eine gasmaske wenn ich durch das 2 noch wo die sein könnten oder nadiken getötet vielleicht sind die noch hier bei mir hier oben ein down links bruder was macht denn der andere alter jetzt hat er jetzt hat er nicht er weiß nicht wo er weiß nicht wo er weiß nicht wo es er weiß nicht wo ist er weiß nicht wo ich habe ihn gerade zugeguckt ich habe ihn gerade zugeguckt ja gut gemacht hat das noch am ende hatte in da aber die haben sie immer mal gekommen ist das geht da gar nicht waren zwei noch mal er hatte zwei noch am ende gehabt hier die lacht 2 ok ja genau Na ja, immerhin grün. Oh mein Gott.